Heute ist mal wieder Schwimmtraining angesagt und das ist das erste Mal seit circa vier Wochen. Seit dem Ironman war ich nicht einmal beim Schwimmtraining. Deswegen wird es mal wieder Zeit, das Wetter ist auf jeden Fall wunderschön und ich bin hier mit einem Freund und einer Freundin verbreitet. Let's go! So Jay, was sagst du zum Training? Ein sehr saftiges Training. Hat richtig Bock gemacht. Hat richtig Spaß gemacht. Okay, also das Training war richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht mit Jay. Okay, Moment. Also ein Sträucher. Okay, wie cool diese Tiere hier in Hannover zu haben. Auf jeden Fall. Das Training war mit Jay richtig cool. Er wird bald seinen ersten Triathlon machen und zusammen zu trainieren macht schon richtig Spaß. Für mich das erste Mal seit dem Ironman wieder schwimmen zu sein. war richtig, richtig schön. Es war richtig voll heute. Aber naja, jetzt geht's ab nach Hause. Dann habe ich später einen wichtigen Termin und ich muss noch was essen. Los geht's! Boah, das ist lecker ey! Damaskus ist der Beste Laden! Also das war eben Timo, mit dem ich den Call hatte. Ein Freund von mir und wir beide haben ein Projekt zusammen, an dem wir jetzt weiter arbeiten wollen und wir haben so ein paar Sachen besprochen. Das war auf jeden Fall richtig gut. Und jetzt wird die Zeit für Eis. So, jetzt geht's ab zum Moscheefest. Dort treffe ich mich mit einem befreundeten Pärchen. Und dann schön mal ein bisschen quatschen, ein bisschen drüber schlendern. Okay, das war ein schöner Tag. Bis morgen. Ciao! Bis morgen.